Was? Sind das Fireflies? Hey, komm! Was sind das für Typen? Bleibt sofort stehen! Joel! Leg den Arm um mich! Geh raus! Ich glaub, hier sind wir sicher. Joel? Joel? Scheiße! Joel! Hier! Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh ich schon auf! Joel! Ich schaue dich! Ich spiele dich! Ich schlaue dir nicht mehr! Ich schlaue dich! Das Auto! Das Auto! Ich schlaue dir nicht mehr. Au, voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich habe dich lange nicht gesehen. Ich weiß nicht mal wie lange. 45 Tage? Ja, 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste drei Jahre unter Liz schlafen. Und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was, was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier. Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich hab Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist. Komm schon, na los. Scheiße. Unheimlich. Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Keles? Pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Das wäre geschafft. Okay. Wo zur Hölle muss ich hin? Ich bin bald. Was ist das? Oh, Mist! Weston Apotheker. Das ging doch gut. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose dagelassen? Oh, bitte! Natürlich, alles ausgeräumt. Irgendwas? Irgendwas? Nichts. Ah! Ah! Komm schon! Ein Verbandskasten. Wie zum Teufel komm ich da rein? Der Apotheker. Vielleicht hat er den Schlüssel. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Wie kommen die Stuch 35 Rechts, 30 Links. 31 rechts. Funktioniert. Mist. Sporen. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Sporen. 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 Jetzt schön liegenbleiben, schön liegenbleiben. Nichts. Schlüssel. Okay. Oh Mist! Gottverdammt! Ah! Okay. Schlüssel. Apotheke. Los geht's! Ah! Scheiße! Ow! Ah! Volvo! Ah! 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 Oh! Threw the rock! izingchat deciding Ah ja. Ein Militärubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Halt durch, Joel. Das geht nicht. Ah! Himmel. Keine Atmaterial. Das hier muss reichen. Das hier war doch alles. Die Verkaufel ist nicht mehr so gut. Aber das war es nicht mehr so gut. Es war nicht mehr so gut. Er hat eine Befuglust. Eine Befuglust. Die Befugließe. Die Befuglücke. Das ist etwas. Los geht's. Schnell. Hier raus. Oh Mann. Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie? Hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gegessen und geklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich hab ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zumal lieb. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie mir, was hat gedauert? So ist es verraten. Und sie machte aus dir einen Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Komm schon. Wir kommen gut voran. Mit wem hängst du so ab? Keine Ahnung. Mit niemandem so richtig. Das ist nur die Tee und den anderen. Wie geht's denen? O'Reilly, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt schon. Ja. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldaten darf. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken es nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach. Und uns lieber über was anderes reden. Okay.